Ja, willkommen meine lieben Shisha-Freunde zu einer Runde Skippy Shisha. Wie ihr vielleicht schon im Titel lesen könnt, ist das das Aus von Skippy Shisha. Man weiß es nicht. Ich habe mir jetzt in den letzten Tagen meinen Adventskalender abgebrochen. Aus folgendem Grund. Erstens, ich hatte sauschlechtes Internet. Und zweitens, mir hat mir einfach die Motivation dazu gefehlt. Ja, und was das Ganze jetzt auf sich hat mit dem Titel, das kann ich euch ganz einfach erklären. Und das sieht so aus. Ich werde meinen Kanal hier auf YouTube auf, wie heißt es nochmal, aufteilen. Und, ähm, so wie ihr jetzt meinen Kanal kennt, Skippy Shisha mit, ähm, Vlogs, Gaming, Shisha, Livestreams und alles mögliche, ähm, das wird es in Zukunft nicht mehr geben. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum, ähm, ich habe ja schon vor einiger Zeit so anfangen, kleinen Moment. So, wo ich mit YouTube, äh, wo ich mit YouTube angefangen habe, ähm, habe ich ja meinen Vlog-Kanal aufgemacht. Den habe ich mittlerweile zugemacht, auch schon etliche Monate her. Und, ähm, der bleibt auch zu. Dieser Kanal, der jetzt besteht, Skippy Shisha, der, ähm, wo ihr jetzt gerade dieses Video seht, wird, ähm, nur noch Shisha-Videos enthalten und ab und an Vlogs. Ähm, und natürlich die Ausflüge, wenn ich mal wieder mit Krispy S irgendwo hinfahre, ähm, das wird dann alles auf diesem Kanal kommen. Das sind dann Real-Life-Videos und Shisha-Videos. Dann kommen wir zum zweiten Thema. Ich habe ja, ähm, vor kurzem das erste englische Video, ähm, hochgeladen. Ähm, den Link zu dem Kanal findet ihr ganz oben direkt in der Videobeschreibung und das Video darunter, ja auch in der Videobeschreibung. Es sei denn, ja, wenn ihr nicht direkt, direkt auf den Kanal, ähm, geht, äh, dann könnt ihr einfach den Link unten drücken. Ähm, oder wenn ihr mal englische Freunde habt oder so, ähm, Freunde, die kein Deutsch können oder sehr gut Englisch verstehen, dann könnt ihr ja mal, ähm, die auf meinen Kanal schicken, da, und dann können die sich das anschauen. Mich würde es freuen, jeden einzelnen Abonnenten zu begrüßen. Und, ähm, ja, und, ähm, wir kommen zum dritten Punkt. Ich habe ja vor gut einer Woche ein Gewinnspiel gestartet. Ähm, das werde ich jetzt nochmal bis, so, 21. Dezember verlängern, ähm, damit auch andere Leute mal die Chance haben, ne? Nicht immer nur die gleichen. So, und jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Wie vorhin schon angesprochen, ich werde meinen Kanal aufteilen, äh, äh, zum einen in, ähm, meine Shisha-Videos und meine Vlogs, beziehungsweise die Ausflüge, also Real-Life-Videos, und, ähm, ähm, dann zum anderen werde ich einen reinen Gaming-Kanal machen, der wird dann einfach nur, Kevin Skippy heißen, der Kanal. Ja. Oder nee. Der Kanal heißt Skippy Zockt. Ähm, den werde ich die Tage aufmachen. Wenn es nicht jetzt in den nächsten Tagen ist, dann wahrscheinlich im Neujahr oder so, weiß ich noch nicht. Aber, wenn ihr mal Vorschläge habt, was ich so zocke für euch, sei es Minecraft, GTA, oder, 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 dann schreibt es doch bitte, bitte unten in die Kommentare. Und, ähm, ja. Ich werde auch demnächst, ähm, dann, das erste Video auf meinem Gaming-Kanal wird ein, Minecraft-Video sein. Und zwar diesmal im Survival-Mode. Weil ich ja bis jetzt nur, ähm, meine Pixel-Arts gemacht habe. Und, ähm, ähm, äh, Let's Show-Welten oder so. Oder Let's Build. Also, fassen wir noch mal zusammen. Ähm, Es werden jetzt, äh, einige Veränderungen kommen. Zum ersten, Skippy Shisha Kanal, hier auf YouTube, 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 dieser hier, nur Shisha-Videos und, äh, Vlogs, beziehungsweise Real-Life-Videos. Dann, ähm, mein englischer Kanal. Da werden dann nur noch englische Shisha-Videos rauskommen. Und, ähm, einen extra Gaming-Kanal. Skippy Zockt. Ja, dann würde ich auch mal sagen, das war's von mir. Von eurem Skippy Shisha. Haut's dir rein. Ciao, ciao. 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 Ciao, ciao.